Wir betreiben 400 Hektar der verschiedenen Kulturen, Grassamen, Zuckerrüben, Getreide und einige Bauarbeiten. Dann sehen Sie hinter mir ein Denkorn-Trocknungssilo. Es wurde installiert vor vier Jahren und als Ergänzung zum alten Trockner geplant. Wir nutzen es vor allem für Weizen. Es fasst 700 Tonnen und wir befüllen es zwischen 4 und 700 Tonnen je nach den Renditen. Wir haben Denkorn als Anbieter gewählt, aufgrund ihrer Händler und der Wahl des Systems, weil es eine perfekte Ergänzung zu den bestehenden Trocknern ist. Es war eine viel einfachere und billigere Lösung, anstatt zu versuchen, die bestehenden Trockner zu erweitern. Um es an die bestehende Anlage anzuschliessen, haben wir ein langes Förderband installiert, zum automatischen Befüllen des Silos. Das Silo funktioniert wie gedacht und ist sehr arbeitssparend. Sie müssen nicht darüber nachdenken, wenn Sie mit dem Mähdrescher in der Früh starten und zum Abend zurück sind. Es erfordert die Aufsicht zwischen und nach der Ernte, während das Silo die Getreidetrocknung beendet. Ja, seit es installiert wurde, gab es kleine Servicebesuche, aber unsere schwedischen Lieferanten waren immer zur Stelle. Mein Ansprechpartner ist Jan Freimann von JL AgriParts und ich bin glücklich damit. Wenn Sie kleine Chargen haben, ist es gut in der Lage zu sein, die Speicher in kleine Abteile zu unterteilen, aber ansonsten ist es im Allgemeinen gut mit dem großen Volumen. Ich spare viele Stunden in der Erntezeit mit dieser Art von System. Wenn ich Getreide im Winter liefere, ist es immer eine hohe und gleiche Qualität mit nur einem halben Prozent Unterschied im Feuchtgehalt. Der Silo-Trockner passt perfekt zu meinem vorhandenen Trockner. Ich benutze Bio-Wärme aus unserem Strohbrenner, um die Wärme zu erhöhen für die Trocknungsluft in dem alten Trockner. Zur gleichen Zeit läuft das Rühr-Silo mit kalter Luft und entfernt den höchsten Anteil an Wasser von 20 auf 17 Prozent. Dann nutze ich die Bio-Wärme für das Trocknungssilo und bin Ende September fertig. Wenn ich meinen alten Trockner ausgebaut habe, müsste ich auch nach einem Upgrade meines Strohbrenners in der Lage sein, genug Hitze zu erzeugen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017